Believe, you've got to believe, you've got to believe. Die Jubiläumskollektion von Zeppelin vereint Klassik und Moderne. Das Gehäuse aus Edelstahl erhält sein Finish durch gekonnte Handarbeit. Ein leicht gewölbtes Urglas kann Druck besser standhalten. Der Gehäuseboden ist fest verschraubt. Die gewisse Gehäusehöhe wird benötigt, um alle technischen Raffinessen unterzubringen. Das Urband ist aus geschmeidigem Leder. Durch die Polsterung und Kontrastnaht wirkt es sportlich und zugleich elegant. Eine Vielzahl an Funktionen macht diese Uhr so besonders. Auf der rechten Seite des Zifferblattes sieht man die Sekundenanzeige und das deutliche Datum. Die nostalgischen Zeiger passen perfekt zu dieser Jubiläumsuhr. Die Form des Gehäuserandes symbolisiert die typischen Zeppelinringe. Garantie und Bedienungsanleitungen sind der hochwertigen Geschenkpackung beigelegt. Die Form des Gehäuses